Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Sony war in den letzten Jahren dafür bekannt, dass man eigentlich alle sechs Monate ein neues Flaggschiff bringt. Letztes Jahr beispielsweise, da hatten wir auf dem Mobile World Congress das Sony Xperia Z2 und dann einige Monate später im September auf der IFA schon das Sony Xperia Z3. Insofern haben einige damit gerechnet, dass zum diesjährigen Mobile World Congress, der war ja auch Ende Februar, das Sony Xperia Z4 folgen dürfte. Dem war dann allerdings nicht so, allerdings ich glaube ein paar Wochen später hat man dann in Japan auch schon das Xperia Z4 offiziell vorgestellt. Allerdings auch mal erstmal nur exklusiv für Japan. Das Feedback danach, das war eigentlich ziemlich verhalten. Viele haben sich beschwert, dass sich die Änderungen eigentlich in Grenzen halten und der Name Xperia Z4 da schon fast zu viel des Guten wäre. Das ist meiner Meinung nach so auch der Hauptgrund, wieso das Xperia Z4 bei uns hier in Deutschland jetzt dann Xperia Z3 Plus heißt. Ab Ende Juli soll es flächendeckend überall verfügbar sein. Ich habe es jetzt schon hier und wir wollen es jetzt natürlich auspacken. Bevor es losgeht, geht noch ein Dankeschön an die Jungs und Mädels von Notebooksbilliger.de. Die haben mir eigentlich schon zugesagt, das Ding zur Verfügung zu stellen. Ich bin jetzt allerdings schon vorher dran rangekommen. Trotzdem nochmal vielen Dank an euch, dass ihr mir das Ding eben geliehen hättet. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Unboxing. Los geht's! Bei der Verpackung hat sich im Vergleich zum Xperia Z3 eigentlich kaum etwas verändert, zumindest sofern ich das noch richtig in Erinnerung habe. Hier steht jetzt eben Xperia Z3 Plus, aber wir haben nach wie vor diesen weißen Hintergrund. Die Abbildung, also das eigentliche Smartphone hat sich natürlich vom Design her auch minimal verändert. Das sieht man auch hier, wenn man mal genau hinschaut. Ich glaube beim Z3 war die Kamera irgendwie abgebildet. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ja, grundsätzlich hat sich da nicht wirklich was verändert. Das kann natürlich sein, dass das noch nicht die komplett finale Verpackung ist. Hier steht auch nochmal, dass das ein Pressesample ist. Ich gehe aber davon aus, dass es die finale Verpackung ist, denn normalerweise ist das bei Sony immer so. Es gibt ja auch schon ein paar Unboxing-Videos aus anderen Ländern und da sah die Verpackung genauso aus. Also geht davon aus, dass das wirklich die finale Verpackung ist. Auf der Rückseite sehen wir dann alle verfügbaren Farben, beziehungsweise die, die bald verfügbar sein werden. Wir haben hier weiß, wir haben hier schwarz. Wir haben aber auch so ein schönes Aqua-Blau und natürlich wieder hier diesen Brosseton. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie Sony das Ganze nennt. Sieht aber meiner Meinung nach auf jeden Fall auch ganz nett aus. Drehen wir das Ganze um und heben einfach hier mal den Deckel ab. Das kennt man so von den Sony-Smartphones. Dann haben wir hier den eigentlichen Star der Show. Das ist das Xperia Z3 Plus. Das schauen wir uns gleich noch etwas genauer an. Ich habe schon gesehen, ich habe tatsächlich das Ding in Aqua Blue. Darauf habe ich gehofft. Also das ist meiner Meinung nach echt hier die coolste Farbe. Schauen wir uns dann gleich noch etwas genauer an. Erstmal schauen wir, was hier noch so alles mitgeliefert wird. Hier auch nochmal der Hinweis. Der Lieferumfang kann natürlich auch etwas variieren. Aber wenn ich mir das so anschaue, dann scheint das eigentlich schon das zu sein, was dann auch eben bei der Verkaufsversion mitgeliefert wird. Wir haben hier einmal unser Netzteil, standardmäßig Sony, soll allerdings Fast Charging unterstützen. Ich schaue mal, wir haben hier 1,5 Ampere Output, bin ich mal gespannt. Dann haben wir unser schwarzes Micro-USB auf USB-Kabel, auch Standardware von Sony. Wir haben hier ein USB-On-the-Go-Kabel. Ich glaube vor allem so zur Datenübertragung, das kennen wir ja auch. Dann haben wir hier das übliche, also Quick-Start-Guide, SIM-Informationen, Start-Up-Guide und so weiter. Nichts wirklich Spannendes oder Neues. Und dann haben wir hier noch das Headset in ihr Kopfhörer. Die sollten Sony-technisch wirklich ziemlich gut sein. Werde ich auf jeden Fall testen. Auch hier in schwarz gehalten. Und dazu gibt es natürlich noch diverse Aufsätze. Und so einen Clip, um das Ganze festzumachen. Zum Beispiel am Hemd, am T-Shirt und so weiter. Also wirklich der standardmäßige Lieferumfang. Damals bei der Pressemitteilung hieß es, dass beim Xperia Z3 Plus auch noch eine Micro-SD-Speicherkarte mitgeliefert wird. Bin ich mir aber nicht sicher, ob die das jetzt nicht doch eingestampft haben. Also ich gehe davon aus, dass auch beim finalen Modell dann genau das hier mitgeliefert wird. Wobei mir gesagt wurde, das ist schon ein fertiges Modell. Also wirklich genau so wird es auch in den Laden kommen. Insofern sollte auch der Lieferumfang passen. Jetzt schauen wir uns dann natürlich noch das Smartphone etwas genauer an. Jetzt wollen wir das Xperia Z3 Plus aber erstmal aus den ganzen Folien befreien. Das sind, wie man es von Sony kennt, einige. Wir nehmen hier einmal diese Umverpackung. Dann haben wir hier auf der Vorderseite eine Folie. Und dann haben wir auch noch hier auf der Rückseite eine. Zum Schutz der Rückseite. Die wollen wir auch noch abnehmen. Das wäre also geschafft. Und dann haben wir hier endlich den eigentlichen Star der Show. Also das Xperia Z3 Plus. Ich gebe euch gleich mal die Abmessungen durch. Da hat sich eigentlich kaum etwas verändert. Wir haben hier 146 x 72 mm. Lediglich in der Dicke, also mit 6,9 mm ist es etwas dünner. Ich glaube beim Xperia Z3 waren es noch so 7,3 mm. Unterschiede gibt es dann auch beim Gewicht. Wir haben hier jetzt 144 Gramm und ich meine das Xperia Z3 hat noch 153 Gramm gewogen. Das merkt man so minimal, aber ja jetzt auch nicht großartig. Also das Gewicht geht auf jeden Fall in Ordnung. Was aber gleich auffällt, es liegt etwas besser in der Hand als das Z3. Also ich habe das Z3 nicht mehr hier, aber so habe ich das Ganze zumindest in Erinnerung. Das ist auf jeden Fall schon mal positiv. Ich gebe euch auch einen kleinen Größenvergleich zum Samsung Galaxy S6 Edge. Das hat ja ein 5,1 Zoll Display. Hier haben wir 5,2 Zoll. Da seht ihr schon, klein ist das Xperia Z3 Plus noch immer nicht wirklich. Obwohl die seitlichen Displayränder ja etwas kleiner geworden sein sollen. Auf der Vorderseite dann, wie gesagt, ein 5,2 Zoll großes IPS-Display. Da dürfte sich eigentlich nichts verändert haben. Wir haben nach wie vor 1920 x 1080. Sony sagt eben vor allem, dass man damit längere Akkulaufzeiten erreichen will. Hat ja beim Z3, entschuldigt, auch schon ganz gut funktioniert. Ergibt dann 424 ppi. Neu ist allerdings die Frontkamera. Die löst jetzt mit 5 Megapixeln auf. Und auch das Lautsprecher-Layout hat sich, glaube ich, wieder etwas verändert. Das sieht jetzt wieder ähnlicher aus. Also so ähnlich wie beim Xperia Z2 noch. Bin ich gespannt, ob die auch besser klingen. Waren aber schon beim Xperia Z3 ja schon ziemlich gut. Und ansonsten hat sich nichts verändert. Wir haben hier nach wie vor Onscreen-Tasten. Schauen wir uns das Ding von der Seite an. Der Rahmen bzw. das Aluminium, das scheint jetzt etwas anders verarbeitet zu sein. Das Ganze wirkt auch etwas abgerundeter. Ich glaube, vor allem deshalb liegt es etwas besser in der Hand. Also das finde ich auf jeden Fall schon mal positiv. Wir haben hier auf der linken Seite wieder so eine Kappe. Da kommt dann die SIM-Karte rein, wenn ich mich nicht irre. Auf der Unterseite eine der größten Neuerungen der Micro-USB-Anschluss ist jetzt freiliegend. Trotzdem ist das Xperia Z3 Plus aber auch wieder IP68 zertifiziert. Also gegen Staub und auch gegen Wasser geschützt. Kennt man ja so zum Beispiel auch schon von Samsung. Ich glaube beim S5 Mini war es, dass der USB-Anschluss freiliegend war. Obwohl das Ding wasserdicht ist, werde ich natürlich schauen, ob das trotzdem funktioniert. Dann auf der rechten Seite der dedizierte Auslöse-Button für die Kamera, die lauter, leiser Wippe und der Power-Button. Alle aus Metall scheinen sehr, sehr gut verarbeitet zu sein. Muss ich mir aber natürlich noch genauer anschauen. Und wir haben hier natürlich auch noch den 3,5 mm Klinkenanschluss auf der Oberseite. Noch eine Ergänzung. Ich habe ja gesagt, auf der linken Seite der Einschub für die SIM-Karte. Natürlich auch der Einschub für eine Speicherkarte. Also ihr habt hier 32 GB an internem Speicher. Der ist etwas angewachsen und der kann eben auch ohne Probleme erweitert werden. Damit werden wir jetzt bei der Rückseite angelangt. Und wie gesagt, ich habe hier das Modell in Aqua Blue. Das habe ich so überhaupt noch nicht in irgendeinem Video gesehen. Gefällt mir schon mal ziemlich gut. Das soll dann etwas später kommen. Also Marktstadt für das schwarze und weiße Modell ist dann Ende Juli. Und wie gesagt, das in Kupfer und eben in diesem Blau soll noch etwas später kommen. Wir haben hier nach wie vor Glas bei der Rückseite. Fühlt sich auf jeden Fall echt hochwertiger an. Und wie gesagt, ich finde auch die Farbe ziemlich cool. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Hier die 20,7 Megapixel Hauptkamera. Soll ja auch etwas verbessert worden sein. Eine Foto-LED. Außerdem ein 2900 mAh starker Akku. Der allerdings nach wie vor fest verbaut ist. Und vor allem auch jetzt, was die Kapazität anbelangt, etwas kleiner ist als beim Xperia Z3. Trotzdem soll man damit problemlos zwei Tage schaffen, sagt Sony. Gibt ja schon einige Berichte, dass die Akkulaufzeit nicht so toll sein soll. Da bin ich gespannt. Es gab ja auch einige Updates. Jetzt wollen wir das Ding umdrehen und dann natürlich einschalten. Und während es hochfährt, gebe ich euch natürlich wie immer die restlichen technischen Daten durch. Als Plattform haben wir hier Android 5.0 Lollipop. Ich meine, dass 5.1 hier noch nicht verfügbar ist oder vorinstalliert ist. Das muss ich mir aber noch genauer anschauen. Als SOC, den Qualcomm Snapdragon 810 Octa-Core mit 4x2 und 4x1,5 GHz. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich mir etwas Sorgen mache. Der ist ja zum Beispiel auch beim LG G Flex 2 oder beim HTC One M9 drin. Beide Smartphones hatten Hitzeprobleme. Teilweise auch Performance-Probleme. Also das One M9 jetzt eher weniger. Beim Xperia Z3 Plus gibt es auch schon einige Berichte, dass das Ding auch ziemlich schnell warm werden soll. Da bin ich wie gesagt etwas skeptisch. Werde ich mir aber natürlich genauer anschauen. Dazu gibt es 3 GB Arbeitsspeicher und LTE Cat 6. Das ist auch neu im Vergleich zum Vorgänger. Da hatten wir eben noch nicht LTE Cat 6. Wobei das in Deutschland noch nicht so wirklich bedeutend ist, würde ich mal sagen. Ja Leute, das war das Unboxing des Sony Xperia Z3 Plus. Zu diesem Smartphone folgt natürlich wirklich das gesamte Programm. Benchmark, Gaming, Review und so weiter. Wie immer gilt aber, wenn ihr irgendwas Spezielles sehen wollt, ab damit in die Kommentare. Mache ich gerne ein Video zu oder ich beantworte euch die Frage einfach hier. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Muss, crop, 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 crop. Basta chew. Bastaцу.